Tachjen. Da sind wir wieder. Schon wieder. Jetzt hast du die Reihenfolge wieder drin. Gut. Äh, Update, Update, Update. Glaube ich. Glauben wir. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls machen wir jetzt, glaube ich, doch wieder Hauptmissionen. Wahrscheinlich. Um nicht mehr wie Hansen Jack zu klingen. Was jetzt so schlimm nicht unbedingt ist. Sein Englisch ist schön. Nummer 5 Alive! Das hört sich trotzdem komisch an. Ach was. Die Frage ist jetzt, wer hat jetzt gerade was gehört? Bei mir alle Englisch. Weil es Gage nur als englischen Jack gibt. Ne, ne, es ging gerade eher darum, was er gesagt hat. Ach so, das meinst du. Nummer 5 Alive. Was hast du denn gehört? Ach, wieder das Cloud-Tab-Radar, Nikto. Oh, das hab ich auch gehört. Okay. Seltsam. Naja, ähm... Clap-Trap überreden uns zu helfen. Das wird ja ein Spaß. Confidence Clap-Trap to help. Ja, es ist ein Nachteil, dass ich das immer noch auf Englisch hab, aber... Ja... ...das zu ändern würde zu lange dauern. Weil das ein großer Download ist. Es wird vermutlich einige Überredungskunst kosten, damit Clap-Trap nach 1000 Cuts kommt. Oh, okay, was ist das? Oder auch nicht. Ich verpflichte dich als meinen Untertan und dann greift Angel zufällig Sanctuary an. Kapierst du nicht? Jack hat es auf mich abgesehen. Es wird Zeit, zurückzuschlagen. Wir treffen uns in 1000 Cuts. Gut, das ging schnell. Scheiß viel nervt so sehr schon wieder. Im Englischen nicht so. Nur drei Worte sagen, das reicht schon. Der Hauptgrund, warum ich ihn auf Englisch gestellt hab, mitunter. Aha. Im Englischen klingt er zwar auch nervig, aber nicht ganz so. 8000 Cuts, also. Jack nimmt und nimmt und nimmt. Na dann. Nimmt und nimmt. Das ist ein schönes Radbildschirm. Ja. Okay. Ein lustigen Schild. Mit einer sehr rot glänzenden Waffe. Das ist immer... Ja, das ist bei jedem anderen immer, ne? Ja, ja. Ja, immer. Immer schon gewesen. Mit Crab Crab. Ja. Wo genau? Irgendwo. Da, wo das Zeichen ist. Links, ja. Das sagen lieber nicht, ne? Nein, hier war irgendwo... Hier ist eine Brücke. Ja, ich wollte gerade sagen, der war doch irgendwo. Wir hätten gleich eine Mission nach dem Spielen wieder auffüllen sollen. Na ja. Meine ist noch ziemlich voll. Ich hab nicht komplett rumgeschossen. Ja, ha. Jetzt niemals landen. Ich hab meine Atake gestartet. Ich werde jeden Quadratzentimeter dieses Berges anspringen. Und das ist das Letzte, was sie tun. Los! Crab Crab osi. Was soll Jack noch Leih tun, dass er sich auf diesem Felsen niedergelassen hat? Es wird Minuten dauern, bis er dieses Krab Köln gelassen hat. Minuten sagt ich dir. Ja, ha, 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 ha. Oh, richtig! Du bist ja kein Hyperion-Roboter! Das vergesse ich manchmal! Gut gemacht! Wolltest du das zeigen! Ja, das hast du schön gezeigt! Öffne dich! Vorwärts! Ach komm, da sind sie dir unterwegs, Slap! Betrachten Sie Ihren Tod nicht als Versagen, sondern als Spaß! Och nee! Äh, blip! Nein, doch, soll er sein? In die Feder? Nö! Die sind vor allem... nicht gegen uns! Jo, nicht? Das sind Freunde! Die Turrets weniger! Oder kommen die Feinde! Ja, genau, so geht's dann damit! Höre! 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 Das ist gut! Und die Latu ist mit der Wundung trotz der Aufmerksamkeit! Ach, schau! Ah, noch! Ah, dann hellbinde ich hab' doch ge- und zumindest Girlclap, äh, Clapted, genau, Deathjab die an. Ne, die Jetloader sind gegen uns, die Edis nicht. Was für Gesamterkombie? Naja, kümmert sich drum. Wenn ihn Sory am Berg runterrollt. Hui. Einfach weitergehen. Jo. Das ist voll krass. Wir sind Transformer. Ah, die Kackviecher. Ach, die Kackviecher. Ja, die Kackviecher. Ja, die Kackviecher. Ja, geil. Kommst du klar? Soll ich dir helfen? Komm weggegen. Nö, ich komm nicht klar. Ich auch nicht mehr. Gut. Perfekt. Damit wird das auch geplärt. Ah. New Player Skin, yay. Tippst du, oder? Ja, okay. Ich verbrenne hier die ganze Zeit richtig hart, ne? Ah, ich verrenne auf der Fall. Kommst, nachladen. Füllst durch. Ich würde aber gerne wissen, warum ich ständig brenne, ey. Wahrscheinlich wegen diesem Warlorder hier, der bis gerade eben noch blühende Rohre hatte. Nur so als Vermutung. Die Viecher. Ich glaube übrigens immer noch, dass ich ziemlich geringe Flames habe, wobei es läuft. Ah, kommst du auch. Hallo. Ja, super. Welche damit gerechnet? Ja, hier hinten war noch Loot. Lauf zurück weg. Ja, also ich kümmere mich darum, dass hier keine Gegner mehr kommen. Das ist irgendwie wichtiger. Ja. Problem. Habt ihr keine, ähm, Waffen, die gegen Rüstung effektiv sind? Doch. Ein Säure-Sniper. Ja, meine eben auch. Hab ich nicht was. Ich kann trotzdem Schaden auszahlen. Ach, fick dich. Und sterben kann ich auch. Ah, Bellis Loder, schön. Mehrere, die mir auch die Gesicht versperren. Ähm, sterbe. Ja, das war's dann. Ja, das war's dann. Äh. Ah, Out of Ammo, okay. Ja, ich krieg gar nichts mehr mit. Das ist... Es waren nur noch unglaublich viele explosive Partikel in meiner Fresse. Konnte ich nichts tun. Aber... Kann ich das eventuell hier noch umstellen? Ein Video. Och, alles immer das Bild hier. Gut. Nein, du hast nur den Kühl geklaut. Dank dieser Scherbe. Jetzt. Gut, jetzt schon. Jo, das war's. Cool. Ja, wenigstens hab ich noch Rutschaden gemacht, neben dem Ding. Ist doch auch was wert. Boah, das ist echt wichtig. Solange Sie an sich selbst glauben, kann ich Sie wirklich töten. Außer Handsome Jack. Ja, ja. Wow, ich hab noch ganze 5 HP. Da kommen wir schon an den nächsten. Wissen. Haben wir's jetzt? Ja. Vielen Dank. Pling. Hier ist Leben. Hier ist Leben. Gobi, hier ist Leben. Ich war ja grad schon noch vorbei gerannt und hab mir Leben geholt. Das ist gut. Nein, nein, 3 war das. Ey. Was machst du denn kack viel? Okay. Hoppala. Wirklich. Jetzt gehen wir langsam. Sehr praktisch. Mit einem Hochheben in allen Spielen irgendwie, ja? So. Wie so in allen Spielen. Wo denn noch? Hat das Nerven da auch, oder wie? Ja. Ja. Wow, das. Boah, was. Alter, das Viecher, ey. Die ziehen dann so viel Leben ab. Auf einmal. Boah. Hammermäßig. Ja. Hier ist. Jo. Na denn weiter. Sei vorsichtig, Slab. Meine Jungs sehen haufenweise Arschlöcher zwischen dir und dem Bunker. Ich weiß, du schaffst das. Ja. Sagts nicht so leicht. Mein Schlecken bleibt. Ich meine, die kündigen sie hier nur 3 Sekunden. Oder viele. Ja. 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 Machen's einem nicht leichter. Gart, auch. Gehör zu den Sache hier. Ach, da ist ein Shieldloader. Kann mein nichts machen. Warten, bis der aufhängt zu shielden. Also jetzt. Und jetzt. Gut doch. Das ist gut. Schon dabei, wenn es so einfach wäre. Ich hoffe, dass in den Kisten irgendwie shot enden. Ja, wenn das so einfach wäre, genau. Komm, lad nach, lad nach. Ganz mal so. So. Das ist mal ein bisschen in Deckung. Jo. Hat beide. Oh, schön. Erstmal hier den Respawn, Pony. Nein, Nummer 5 lebt immer noch nicht. Ach. Oh, das ist ein toller Hackfilms. Hacks. Schön. Ach. 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 Danke. Ach. Danke. 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 Ach. 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 Grbald, wenn du direkt hergestellt hast, nude in den Kriegguru pulledvor. S ide 중요. Ob du sie abisen kannst. Dann nehmt wir noch nicht. Nein, nein wir, ich bin weg und alles passed tolle zu tun sounding rum. Jason Drum will die nicht mehr so туgrown, weil er sich erfrollen facultrum auto festmuyor. Ganz genau vom Geld zurück um denallen którego Weil ich nicht immer das Einzelne anklicken will Guck mal, da ist er angreifbar Ja, da ist Constructor Jo, schon gesehen Waffen Verstehricht im Deathflap Robot One, Ugly Zero Da oben, wenn's beliebt Jo Hat er hinten gezogen, sagt mir das doch einer Wow Ein Gemetzel hier Danke, was auch immer mich da gerade angegriffen hat Ja, oder? Ja, wahrscheinlich wird nach Jo, ich würde da raus Ah, shit Ach, komm Ach, komm Ach, hei, ich hab mich da verletzt Ja, hei, das Äh Der Einlöder, danke Ich bin mal eben zurück Ich bin mir hier Ich bin mir hier Ach, weißt du was Okay 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 Das geht ja voll zur Sache So? Aber richtig. Für die ganze Zeit... Achso, hier ist ein Jetloader. Gut. Komm ich los. Lass uns arbeiten eigentlich die ganze Zeit. Ich? Ja, sein Charakter. Ja. Alter. Warum bin ich jetzt schon wieder tot? Was ist denn das? Oui, Jetboi to loader. Level 26. Ähm, fuck. Ein wenig. Uh, uh, komm. Vorsicht da oben, der ist... hart überlevelt. Alter, der... der lag is real, holy shit. Holla. Ich steh grad hier unterdacht und... und reser nur, ist schon okay, ne? Ja, ja. Rex, Viech. Super-Robot-Vilots-Fun-Time! Greif, greif du was, bitte. Nicht unbedingt das. Da, da wo du stehst, kann ich dich kaum wieder beleben. Doch, von hier aus. Danke. Ah, da... Das sind immer diese scheiß Raketen, die einem... Affen machen. Wir können es aber vielleicht mal hoch und den Konstruktor auseinandernehmen. Jo. Aber wo geht's hoch? Weiß ich nicht, ich weiß nur, dass dieser kleine Weedjet-Beutel hier richtig mit Arsch ist. Das ist doch der Beste, der kleine. Ja. Wieso? So. Ja. Gut. Holy shit. Jo. Genau, das sind die Zieldinger für die scheiß Raketen, glaub ich. Mal. Das ist doch so. Ich kann hier aus... ... Kann ich von hier aus? Okay, das ist... Nein, kann ich nicht. Das war... sehr schnell. ... ... ... noch jemand ja ich ja ich bin dran keine ahnung was mich da überhaupt getroffen hat aber ja die komischen raketen von den fiesen das laufelt man sie sagen die sind dies auch auf der 길 Irgendein Schrauber da fliegt. Hm, ein Shield Loader. Ach, super. Ja, bin gleich da. Werftab regelt. Ich hab auch grad nur noch bisschen Money für meine... Gnade. Stimmt, ne Granate wär vielleicht geil. Ja. Achtung, kommts. Ja, ja, ja. Safe, alles gut. Gnade. 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 Geh einfach hinter die Säule, das reicht schon. Das sind die Laser, die schon Schaden machen, ja. Ja. Gnade. Gnade. Nehmt euch hier ran. Gnade. Ich will keine Klaas, Mats. Ich will Muni. Gnade. Bebe? Hyperion empfiehlt ihren Körper auf Überschüsse Geklinmaß dient. Da. Scheißvieh. Gnade. 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 Justine. Wihirmsht. Gnade. 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 Hoi. Gnade. Gnade. Sust du taf. Hm. Alter. iner das schild ist, das schild, was der hat, das, das reflektiert die Kugeln oder so was. Ja. Niemann. Dia. es ist einfach mehr ja 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 ach komm ich krieg's jetzt, komm komm ich krieg's auf Arsch Danke Yo! du kleiner Hurensohn so yo kaputt ja ja endlich was die, beschießt mich ja guck mal da oben stehen hast du keine Arschkrampen doch Ja, ich hab wieder Muni für meine Scheiß. Allah, es kann zwar sein, ich bin von allem getötet gerade. Echt, ich mag eins. Das kriegst du selber hin, glaube ich, oder? Was? Das kaputt, man kriegt selber hin, ne? Ja, gut. So viel gibt mir da oben geschossen. Alter, kann das mal aufhören zu laggen so hart? Lag bei mir auch gerade richtig hart. Wie hart? Ziemlich hart.